Komm, und eins, zwei, drei, drei, vier, drei, zwei, drei, drei, Jetzt kommst du noch runter und ich schreibe dich direkt. Okay, fünft. So, jetzt nimmst du dir meinen Kickpuck. Sehr gut, genau. Okay, sehr gut. Und, eins. Zwei. 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 Wenn er die Knie reagiert und erhebt meine Knie, kann erhebieren. Wenn ich da hin und erhebt meine Knie, dann erhebt meine Knie und erhebt mich. So, was he is doing is, he is literally pushing up his knees and going forward. Okay, dann wieder. Thank you.